Erwöhnt sich über Battlefield 4-time und Brüder die Lorenzer vorliegt Trance zu erinnern das war der so weit schießt die aber auch hier hat die Hülle und treuer Prozent der Treibler und welches ist wir haben so eine Rolle zu die die Fertigungen schießt mit weil er die Netzerwurm steckt hat zum Beispiel die Dasein-Gümbel genau wie es das nennt So eine Drohne? Ja genau, da ist ein Drohne einfach Warum kann ich nie kontern? Das kotzt mich so an! Wo bist denn du gestorben? Oh Gott, jetzt ist der Hund! Ich habe ihn getroffen! Ich wischen ihn eh an! Ja der Cola-Mix ist da, Alter! Ohren auf der, das hat die Lidenschüssel, das ist ja geil! Der hat sich jetzt schon wegpresselt! Packen wir uns die Panzer, Mike! Packen wir den da oben, will ich noch haben! Oh Gott! Oh, ganz klar! Ah, angekratzt! Lolololol, out, out, out! Natürlich ist es bestickt! Ah gut, was willst du hin? 143 Panzer! Ich weiß, es ist ein Kastoff, Sniper! Nur es ist wieder passiert! Es waren Fehler, das hier ausgestiegen seit Jungs! Oh, die kloren Huren-Kämpfe-Lomis sind ruhig! Bist du schon fertig, wir müssen es zu lernen, kurz hier! Ja, ich muss jetzt bloß noch was runterladen, aber das mache ich jetzt nicht werden! Sock! Nösegler! Ah, genau, unvorteilhaft! Es sind immer noch zwei Huren-Kämpfe-Lomis! Bist du denn, der hier ist? Fliegt der jetzt Flieger raus? Oh Gott, das kann wieder nichts werden! Sag doch mal, wenn einer von euch einen Heli hat! Wo bin ich? Äh, ich bin bei ihr und da ist ein Panzer und der gefällt mir! Ah, fuck, du bist Kamikaze-Würdig, ich bin auf dem Weg! Ja, ich bin auf dem Weg! Du kommst auf dem Weg! Ehol, bist du da voll rein geflogen? Ja, Ehol, voll Kamikaze! Wirklich hin? Das haut ab von mir! Ah, es wird immer nur einer drum gehen! Der hat's ausgestiegen aus dem Panzer! Los, geht mal immer in den Panzer rein, hier! Komm! Komm! Meie, jetzt hat mir... Mann, Frozen! Das ist noch ein Panzer! Den hol ich mir erst mal! All righty, wie ist denn da? Ah, hier ist es jetzt mit zu dir hinten auf! Wof, wir haben keine Scheiße zusammen, sagst du! Woaah, da ist unter mir ein Panzer! Hier ist da ein Panzer, der gehört nicht zu uns! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Er fährt einfach vorbei! Oh lol, da oben drin! Weckerl! Mike, da ist noch einer von uns! Ach, du willst, ich krieg's nicht! Ach, du willst, ich krieg's nicht! Ach, du willst, ich krieg's nicht! Ach so, dort! Ah, wei! Den holen wir uns! Nein, ich! Ah, Mann! Ich hab den eliminiert, wer denn hier eingestiegen ist! Ah, Mann! Gib's mir keinen, du Arsch! Was denn? Ja, meh die Güte! Ja, das regal ich mir schon selber! Ja, ich hab ja auch nicht gespüßt, Alter! Ah ja! Panzer ist zerstört! Tram's auf, ich hab halt noch mehr gefühlt! Oh, ich find nix mehr! Dann, zwei unten! Komm her! Wenn der Mitfahrer bei mir klapper gewesen wäre, wäre er in den Panzer eingestiegen! Der war nämlich leer! Nein! Fuck, den hab ich noch mal gekriegt! Zwei Leute hab ich genutzt von drei! Ja, der Mike ist erst einmal 25.1, ist klar, Mike, du Cheater! 26.1! Nein, 25.1! Ach so, okay! Den hab ich schon mitgerechnet! Boah, die zwei die Oma gehen mir tierisch auf den Sack! Wer? Welche zwei? Ja, die Sniper der Oma! Und jetzt stecken zwei zu fünf bei E! Fünf Leitschlinger-Toten! Kürze, die Sniper hat mir jetzt so bei den Typen! Ja, wie denn? Wenn ich die ganze Zeit ums Eckerl umrufe... Oh, wie verlieren wir die? Irgendwas zielt auf mich! Nehmen wir schnell die wieder rein! Ja, FICKEN, Alter! Mein, der Frozen, der geht mir so oft rein! Der ist mir vorhin schon so oft rein gegangen! Können wir den Server wechseln, bitte? Fahrzeugkill, lol! Na, Mike, bleiben wir stehen! Was denn? Ich komm jetzt kurz hier... Ich rotz mich jetzt weg, die Pisse! Ich kann dich, glaub ich, hier sowieso nicht überfahren im Sack-Core! Ah, komm! Meiii! Hinter dir! Nein, aber ich schieß grad oben an die Putzen! Oh! Ebenereignung! Kommt einer! Kommt einer! Um sich's Hauseck! Oh, oh! Ist down! Mein, mir hat schon wieder der Frozen-Killt eure Flipper aus! Weißt, wo er sitzt, glaub ich! Ja! Dort oben! Spannst du bei mir, Philipp? Ja! Bin aber kein Medic! Irgendwo ist noch einer da! Erst seit du da bist nimm mich ein! Also! So! Warum? Ja, Alter! Wo- Die campen überall! Jetzt liegt der andere voll da oben am Berg rum! Ey! Flipper aus! Warum kann ich die Flüge nicht aussteigen? Oh, das ist viel Scheiß! Wegen der Scheiß-Map! Nicht so! Nicht so! Oh, hinter mir kommt was! Wah! Panzer hinter mir! Leute, dann sieg's leid! What the fuck! Raus hier! Ah, verdammt! Ach Gott! Das war jetzt ne gute Runde mit dem Panzer! Ah! Ah! Hab auch irgendwas reingeschaut! Mal gucken was das ist! Ah, na, na, na! Ah, 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 na, na! Da hab ich mit ihm nicht gefangen mehr fliegt! Ah, na! Okay, na, na! Ah, na, 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 na! Ah, na, na! Ah, na, na! Ah, na! Ah, na! Ah! Ah, na! Ah, na! Tust du B? Okay Wir sind gesquatledet, wir können sie Das bin ich wieder versorgericht Warte Okay, 300 Metern ist von mir da Okay, eingestellt ist So muss ich bloß ein freies Schussfeld haben Das bringt ihn, bis wir mal stellen Ja, dann brauchst du dich nicht hochziehen Sprich, du stellst das ein Auf 300 Meter, wenn du dann 300 Meter entfernt den Punkt hast, schießt du praktisch genau dorthin Mit dem Mitte von den Siedeln raus Da ist das dann voll easy zu snappern, oder? Du musst die Entfernung wissen Oder was hängt nicht schon wieder? Ja, was geht denn? Möchtest du mir das verarschen? Da stehen ja so viele Leute rum, ey Fickt euch doch und immer wie killed Kann auch nicht sein Boah, 5 zu sind Panzer bei Dora Die würd ich wieder eignen mal Ja genau, gehts nicht immer auf mich Es liegt ja sonst keiner mehr aneinander Ja, rechts um Um Turm steht auch noch eine kurze Wenn es die Seile rechts weiter geht Dann nimmt Turm um Das ist gerade aus der Sichtwelt Die können nur rumcampen Die gehen mal so um Sack Ich muss mir den Typen jetzt um in der Mitte Wischen Ja, natürlich Hinter mir lassen Das ist nicht gelaufen Das ist eine dreckige Ruhe Jetzt stirbst du endlich mal? Jetzt haben die jemand anders gekillt, toll Wer ist denn da? Eberl hinter dir am Bergum ist einer Oh, vor dir noch einige Der Spot ist ein Hostiles Boah, wieder Campen, Campen, Campen Hinter jedem Eckerl sitzt einer Das kann doch nicht sein Könnt ihr selber markieren? Könnt ihr selber markieren? Ja, was sind die? Habe ich schon markiert Ja, nein, allgemein Irgendein Panzer oder irgendwas Ja, jetzt warte erstmal Ich muss erstmal in Sicherheit laufen Wir schießen viel Sniper auf mich Weil es die ganze dunk 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 macht Wahnsinn, immer noch da oben halt Ich habe keinen Plan Ich muss gleich weglaufen Dann flüge ich nicht mehr auf die Schüssel Aber das ist nix mehr Nicht auf der Schüssel, sondern In der Mitte über der Schüssel Ganz zwei bei dir Wenn du da zwischst Ja, Alter, was hält denn der Haus? Oh, leck mich doch am Arsch, Alter Das kann nicht sein Bei einer auf dem Turm habe ich den Haufen Da ist ja der Spawnbarket drauf Oh, scheinbar auf dem Turm Was ist das für ein Turm von einer? Das ist der Turm bei E, glaube ich Ja, der Turm bei E ist das Spawn jetzt bei D da Du mal C markieren, Alter D ist gerade markiert Das verdienen wir gerade Oh, ein C haben wir gerade Ja, D bin ich Nimm's gerade rein Es gibt wieder Punkte Ich triff die Zwecke Die Säcke zwar aber mit einem Treffer Hauen sie dann trotzdem ab Und er trifft mit dem ersten Schuss Er trifft mit dem ersten Schuss Ich habe immer nur 100 Punkte Gesundheit Mike, total irre Nein, das war gerade auf der Brust Verdammt Verdammt Respekt, Mike Der Panzer, der war nicht schlecht Die Wunder Ich habe auch müssen, wenn wir vorher die... Dinge angenommen aus der Mission Neuer persönlicher Rekord, Königster Straße Was? 26 Roadkills? LoL? Na, das ist wie die Künste Oh, all Das geht Roadkills Ja, oh, all wahrscheinlich Ja, oh, all wahrscheinlich Ja, aber wahrscheinlich Das kann man zuerst, ey Hau, all Also, möchtest du vom Server gehen? Na ja, kurze Runden, naja, den nächstenает machen wir noch Level 27, yeah Leck wieder Levels Ach, ne Gibt's ja nicht von der Zeit, 17 Bist du vom Server gegangen, Mike? Nö 10 33.000 Punkte, wenn man da sitzt Ich kann nicht so weit aufgescrollen. Na ja, zurück mir erst mal fürs Zuschauen, bis nächste Folge.